wisst ihr was mich an PS3 Spielen nervt die einzig guten Spiele sind Remakes von PS2 Spielen äh also ich bin der Onjo mich merkte Taser Phantasie und auch mit mir dabei ist Knight Rider und sein Auto ah der Tamato tut mir leid ja Let's Plays machen wir jetzt wieder Pause gemacht ein bisschen und es geht schon los geplauscht haben wir mit liest du das vor, so war das glaube ich ja dann lass mich lesen ja ich lass dich lesen ihr descent into evillands hier Mars Uldur ein bisschen deutlicher, ok came all this way to sightseeing you oh how good of your companions to join us how about we all sit down for a nice spot of tea er will tea trinken schlürfen ok you you I told you to stay ohje damnation wahaha well done you fools wir werden die Orbs gebrochen da da muss ich gleich brechen w-what's going on what's going on what's going on ja genau the resurrection of the ancient lord shall be complete what does that mean ah yes indeed take this knowledge as a parting gift for your journey to the afterlife hey das ist der Mars da war doch seine Frau in Euclid und so gell ja genau da ist er jetzt haben wir ihn gefunden Mars das hat was das hat was as you should know the Valhalla war was a battle that occurred about a hundred years ago the two greatest kingdoms of the age allied against the single mighty lord who wielded a frightening devastating power that lord's name was Daos Daos despite his strength he was overcome by a group of adventurers yes I know that well for I am for I am descended from one of those people not just I Chris you and the young lady are also descended from those who clashed with Daos long ago clash a demon head tolle spiel so that's what's up let's play me me I am you were not attacked by mere chance but rather to the fate that has encircled Daos since days of old this man plots to resurrect Daos for the sake of his own greed is that not so three knights captain Mars Oldor or should I say former captain das Projekt das der dr 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 auch die Belmonts von denen des Kindes des Blutes und Familien zu helfen für die Tradition der die Zünderbieter die Städte der Tauschen Reise gett ihr Streitel der Gäste Schattel Trex Kampbeck Pro so oft ist er gibt sie richtig Eitel I don't care about Daos or this fake crap. I'm not here for that. I'm... I'm here to take you down for Amy, bastard! Der Chester hat keinen reinen Mund. Nein, leider nicht. Foolishness, the scene is already undone. You are too late. Oh mein Gott, was passiert da? Das ist... Lord Spider. Oh nein, Fritz van Toben. Nein, das ist... Oh nein, das ist nicht Daos. Oh, das ist Daos. Oh! Oh! Behold, this is Daos, the ancient lord. Ja, wirklich. Oh Daos, oh ancient lord, hear my command. My name is Mars. Mars, hol du ab. Oh fool, who does not realize that he has become entangled by the threats of fate. What are you saying? Ja, okay, sprich du. Nein, Mars sprach ich verbreitete zu der Fusion, so wie bei Gotenks und Kokit. Auf einmal halt das. Ja. What are you saying? I released your seal. I am your master. The one who slew those who sealed me, who seized the keys to the seal which bound me, was none other than myself. Shall I help you? May I help you? Recall the events that transpired when you first visited this place three months ago. Three months of winter coldness. And awesome holidays. Thank you. Such tragedy for me. This is bad, look out. Das ist böse, schau raus. Oh, daos leser ist das. Gell? What are you? What are you? I have no further use for you. Perish. Perish. Er redet. Uaah! Wow. Wie brutal. Die anderen töten er nicht. A fitting end for humans who act purely in self-interest, oblivious of the tremendous fate that rests upon my shoulders. And now, for the lone survivor of those who sealed me away. Oh, da muss ich ja gehen. Es gibt's ja nicht. Dialog ist auch laget im Spiel. Do not think you are except from your friend's fate. Hey, listen! Hey, listen! He could not be defeated by the sword. Hence, I shall use a clerical art to send you to a very important place. There, you must learn of his weakness. There is no other way. Das Buch der Schatten. What do you mean? There is no time to explain. Here, take my book. Why? You must fulfill the bequest of your parents and carry on the mission. I beg of you. Bam. Muahahaha. Die. Da sind echt böser böse wie ich diese da aus, glaub ich. Damn it, that's not enough time! Ha! Chester! Mr. Markleid! Not all. Fliegt durch die Zeit! Chester, hang in there! Dundundundundundundundundundundundundundundundun. Oje... That was the light of time travel. Answer me! Where did you send them? Why does such a voice like Pegasus from YuGiOh. Yeah, it seems to me sort of as. With such a long hair. Ha! You think I'd tell you? You impudent! Und... ...I... ...I know not to what era you have convoyed them, but... ...as you were unable to take yourself along, I know your level of imput... ...im... ...ineptitude. Ineptitude. Curse you. Curse you, Megaman. Now rot in this place with the rest of the corpses. Er tötet ihn. Oder was tut er da? Er wird aufgespießt oder was? Jetzt aufgegessen. Oh, nein. Wah. Hey, Chester. Er ist weg. Er ist zurückgeblieben. Er war eh schon immer zurückgeblieben, na vollidiot. Ich hab ihn nie gemacht, den Chester. Ich hab nur gespielt, weil er... Bogenschütze ist und ich mag Bogenschütze. ...und... ...deshalb. Where? Pull yourself together, Mint. Um... auch ein tolles Spiel. Sollte vielleicht auch mal Let's Play. Oder wie gesagt Let's Battle, weil er sehr gute Spiel zum Let's Battle, glaub ich. Where the word are we? I don't know either. What is this place is? Es ist... Eternia. It's so pretty. Würde ich nicht sagen, nein. Nein, das würde ich von dieser Welt wirklich nicht behaupten. What happened to Chester? Sturm. Und Mr. Morrison. Aufgerissen. It's possible day. No, I believed he is safe. Glaub ich auch. Diese Blume ist elendig da am Berg. Ja, ich... Was liegt dort für einen Bogen? Ist das Chester's Bogen? Oder ist das so ein... So von Tales of Symphonia, da fliegt man auch so durch die Zeit mit solchen Flugdingern. Ist das sowas? Na, pass auf. We should only worry about one problem at a time. Okay? Naan. Please try to cheer up. Emotion with Achillin. So was schon, ja. Sorry, I'm just overwhelmed. Everything is just... It happened so fast. Everything is bright. Hey, wait. Maybe we can learn something from the book Mr. Morrison gave me. Das Buch der Schatten. Oh, that's right. Berks. Fragen wir's mal auf. Cress took out Morrison's book and began to read it. I take a book and read it. Here I shall chronicle the history of the war against an invader from another world. I take a potato chip and eat it. Sehr gut. Oh, that's lecker. Long ago the invader appeared on our world and the war against him erupted shortly thereafter. That invader called himself... Dahos. 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 Let's read a little further. Mach mach mal. Let's read. Ich hab eine Fanfiction geschrieben, die muss ich mal vorlesen. Eine My Little Pony Fanfiction wohlgemerkt. Dahos. Dahos cannot be harmed by normal means. In addition, he possesses an astonishing spell allowing him to oppose the flow of time. During the final moments of our ancestors' decisive battle, the wounded Dahos used that spell to transport himself to the future. The Song of Time. Since then, we, the mollison bloodline, accepted the duty of fighting him should he reappear. Rrrrrrrrrra. My generation is where this phase has concluded. Schaut so lest mal in text. Sensing the first signs of Dahos's arrival, I gathered my fellow clerics Meryl and Maria, as well as the swordsman Miguel- Miguel! And paid my way to the mausoleum. Miguel- Miguel! Due to forces beyond our control, it is not possible to vanquish him in this age. We instead devised a plan to seal him for eternity. Sehr g'scheit, du hast gerade den Hub runtergehaut. Only on the Hub. Only on the Hub. It could happen. He approaches. Schau, du hafst alles runter unsere Gerätschaften und währenddessen approacht er. Was sind das dafür gestalten? Stay on guard. Hat er gerade gesagt, passt du auf oder nicht? Nein, ich passe vielleicht nicht auf, weil da ist so viel Text. Das gibt's nicht. Oh Divine One. Grant does strength. Strings, solche Strangen. Blitzstoß. Es ist Blitzball angesagt von Final Fantasy X. Das war das beste Minispiel aller Zeiten. Who, who are you? How could I know to be nooo. Das haben wir schon gesehen oder? Ja, was einfach auf. Ich kenn das schon. Verdammt nochmal, ich kenn das schon. Moment Dad. Dad, dad, da lips göster. Meryl. That's my mother's name. Vielleicht geht der Dialog jetzt noch, wenn eben 14 Minuten dauert. Keine Ahnung, mach einfach weiter. Selv took upon the role of watching over the seal itself, Wortwiederholung, Selv, Selv, Überdenken bitte, lieber Übersetzer. Cress learned about the parents relation with Dahos. Then, what we must do now is, look for a way to defeat Dahos, right? But the first thing we should do is find some people to speak with. Yeah, I agree. Hey, hey, this is... ...it's... Chester's... Oh, Chester's, ähm, Haareffen, wohlgemerkt. Chester! Don't worry. I'm sure he's okay. Dammit! Hey, Danny Tivito! Bist du Danny Tivito? Danny Tivito ist jetzt beim Persönlichkeit. Was ist hier passiert? Wo ist denn der Perilwald? Part-Unterteilung. Wieder schon reingehauen, äh, Tschüssikowski, Plaschnikowski. Der Part war lang, nur Text. Ich hoffe, er hatte trotzdem Spaß. Wenn ja, dann, äh, Kommentare freuen mich und so, das kennt ihr ja von mir. Tschüssikowski, Plaschnikowski, wieder schon reingehauen. Schau mit C auf bald, bis wiedersehen. Äh, genau, fürs... Und bye-bye, boo! Ah, und frisst ciao, dann so, wisst ihr, ja.